Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Oxenfree. Wir hatten ja ursprünglich die Idee, hier mit dem Boot zu fliehen bei dem Haus der alten Lady. Leider sind wir nicht wirklich füllig geworden, was einen Schlüssel angeht. Dafür haben uns die Geister hier ziemlich unter Druck gesetzt. Und wir haben Informationen gefunden, dass die alte Lady hier wohl auch diesen Geisterphänomenen nachgegangen ist. Jetzt ist leider Gottes die Höhle eingestürzt, wo das Ganze stattfindet. Aber wir möchten einen Bombenschutzbunker öffnen, der ebenfalls von der anderen Seite in diese Höhle führt. Dafür müssen wir ein paar Stationen irgendwie senden lassen. Fragt mich nicht, wir werden es schon rausfinden. Jetzt bin ich wieder mit Jonas unterwegs, weil er etwas angefressen war, als ich die Gruppen ändern wollte. Also bleiben wir einfach in der Kombination, wo wir sind. Und des lieben Friedenswillen. So, jetzt müssen wir aber einmal quer über die Insel. Hier, das wird ja putzig. Das wird ja putzig. Na? Und jetzt nach oben? Eher nach oben, ja. Durch die Wälder. Oh nein, was ist jetzt schon wieder? Oh, das hatten wir doch schon mal. Kann ich was klicken? Okay, René, Trinkrad. Alex, Alex, okay. Are you, are you back to normal? I just saw, it was like a premonition, I think. And I know that sounds whatever, but this must be what it's like when people say they do that, because I kind of just saw red drowning. Okay. Just take it easy for a second. You went all red-eyed, like when we get possessed. Okay. Okay. I did? You stopped walking and started mumbling, and then your eyes lit up like little road flares. Oh man. It only lasted like a minute, but we should hurry up and do this before the door on you opens any wider. But the thing with Ren, it was so real. It was like, I was there with him. Maybe we should go back. But I'm sure he's fine, so let's finish what we started. Hey. No, look, it kind of made sense. Hey, guys. Hey. Uh, wait, did I get the plan wrong? Because if I got it right. No, you didn't get it wrong. You're supposed to be yellow brick roading it to the wood station right about now. I saw... I saw Ren drowning in a... The only way to describe it is it was like a vision or something. What? Seriously? Alex got possessed for a minute there. And yes, it was scary, but it was just a hallucination triggered by ghosts rummaging around through her brain. No big deal. I mean, they're clearly fine. Well, wait. Look, Jonas, it was real, all right? As real as the other loops or any of the other hundred crazy things that have happened tonight. Don't say that. What am I supposed to do with this? It's not like I can really avoid drowning any more than I can normally do on a daily basis. You're on land, Ren. I don't think anything's gonna happen. But then, why would she... Why would she have... Just be careful, all right? I don't know why I saw what I saw, but just keep on your toes, okay? Well, I am now. Yeah. Okay, well, it's been fun catching up, kids. We'll go do our half of the fix the ghost problem equation now. The thing I don't get is... What if everyone at their respective stations were on like a lunch break or something, when the bombs started falling? What would open the door then? I don't think you're allowed to take lunch breaks when you're on active nuclear annihilation watch duty. So it probably never come up. Die werden schon sich irgendwie abgewechselt haben. So war ich jetzt falsch unterwegs. Ich will ja wirklich da hoch, oder? Hm. Zum Vor? Wollen wir zum Vormailer? Nee, wollen wir weiter nach rechts... äh, nach links. Abendhauer, genau. Müssen wir jetzt aber nicht hin. Vielleicht gehen wir auch einen Umweg oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schauen wir mal. Wird schon irgendwie klappen. Ich weiß nicht, wie viel tidig ist. Ich weiß nicht, wie viel tidig ist. Ich weiß nicht, wie viel tidig ist. Ja. Mit einem Sessel hier. Gibt es denn da einen Schreibtisch? Guckt man da dran? Nee. So ein nasser Sack, ey. Wo müssen wir überhaupt hin? Einfach weiter nach links. Passt schon. Okay. Oh Gott, was kommt jetzt? Ich bin ja paranoid in diesem Spiel. Jedes kleine Geräusch, alles irgendwie macht mich misstrauisch gerade. Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. Hä? Da waren wir doch schon mal da oben. Ich glaube, wir sind schon mal da oben hochgekraxelt. Ja. So, jetzt müssen wir hier hoch. Da war doch so eine Hütte. Oder? Ist nicht hier, wo... Ach, ich weiß nicht. Na komm, lauf weiter. Hopp. Noch weiter hoch? Vermutlich, ne? Oder ist das hier schon gemalt? Ne, hier waren wir ja schon mal drin. Das war... Ne, das war nicht das mit dem Stromkasten, oder? Ich weiß es nicht mehr. Mist. Ach, nicht schon wieder. Wirklichst du schon nicht mehr mit mir? Ey. Okay. Anscheinend lassen sie uns nicht. Dann geh ich mal woanders hin. So. Nix. Wir müssen irgendwie da hoch. Hey. Wie oft muss ich es versuchen? Bis das Spiel aufgibt? Wahrscheinlich gibt das Spiel nie auf. Okay, ich glaube, wir müssen einen anderen Weg finden. Okay. Leicht Frequenzen. Wird es besser, hätte es nie gefunden werden. Lose ihre Namen. Und geben sie zu... Golf. Romeo. Alpha. Victor. Echo. Sina. Hm. Hm. People lose their names. And give them to... Golf. Okay. CBK. One. CBK. One. CBK. CBK. One. CBK. CBK. People... Ich stelle jetzt einfach irgendeiner... Ich guck jetzt mal, ob noch irgendeine Frequenz hier aufkreuzt. Die irgendwie hilft. Ich kann diese Codes halt nicht. Ich trinke noch nicht viel, ne? Oder ändert sich was? Ne. Dann gehen wir in die andere Richtung. Oh! Ren! Ren! Nona, what happened? What's wrong with Ren? Ren... He's... He had an accident. He... What? He died. I couldn't... This? Nona, come on. Clarissa was dead too, but like bunny ears dead, not dead dead. Because apparently killing yourself doesn't actually do anything here. Alex. I'm sorry, I'm sorry, Nona. I didn't mean anything. What happened? He... He drowned. Ja. Ich hab's doch gesagt. He... Took a fall. Was? I don't know. He just... He just stopped. I mean, does it really matter what happened? Either way, done is done. And done in this... Fix Ren! Whatever you wanna call it. I know you're doing it. Just... Fix it! It's not us doing it, dear. We weren't lying. The time loops, as you've taken to calling them, which we do find so adorable, are of your own making. Us? Yeah, sure. Just like you infesting us like lice isn't your fault either. That, we have and will own up to. But the other stuff, that we're afraid is on you. Alex, we know you're in charge and we know your plan, and we also know that your plan won't work. It never does. Okay. So we have a proposition for you. A deal. A bargain. Really. And you should... Um... A proposition? Like... Like what? What? It's already over the place and she's gone. We'll pilot her through the rest of existence and there's nothing you can do to change that. But, if you agree to let us take her, let her go, quietly, without fuss. You won't slaughter the rest of your friends. Like young Reginald here. We leave the rest of you cattle alone. We only really need the one. No, no way. I'm saving everyone. Oops. Everyone is coming home with me. We're all getting out of here. Courage is not always the way, dear. You don't have much time left. Do you know how we know you don't have much time left? Hmm? Fine. Shoot. How do you know? We know because we can be Jonas for this long, and his soul is as quiet as an empty church. Just never, per se. It didn't provide you. Ich könne gar keine regeln! Was zur Hölle ist jetzt schon wieder? Darf ich jetzt hochgehen? Jetzt ist gar keiner mehr da. Ähm. Was? Jetzt. Ah. Äh. Äh. Ihr fangt an, wie auf den Sack zu gehen. Was ist das? Komme ich jetzt wenigstens hoch hier? Immer noch nicht. Ja, was denn nun? Jetzt ist dunkel hier. Keiner zu Hause. Keiner zu Hause. Aber ich darf auch nicht nach oben weiter. Toll. Ich verursache jetzt diese Zeitschleifen. Wie das. Ah. Ein Tonrand. Das ist irgendwas mit Michaels Tod zu tun. Ah, Nora. Er war dein beste Freund, Alex. Äh. Äh. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was passiert. Eine Minute, er war da. Und dann... er war einfach... weg. Es ist okay, Nona. Du hast nichts falsch gemacht. Ich weiß, das ist nicht deine Schuld. Natürlich, das ist nicht deine Schuld. Ich weiß ihn nicht so gut, aber... ich mag, was ich wusste. Entschuldigung. Es ist... wer weiß, was sie los ist, ja. Wer weiß, was sie los ist, ja. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich wünschte, dass ich deine Hoffnung hatte. Es ist ein kleines Ding. Aber ich hoffe, er wusste, dass ich ihn liebte. Er wusste, Nona. Es wusste nicht. Er wusste. Er wusste. Wie gesagt. Es ist ein kleines Ding. Aber danke, Alex. Auch meine Musik. Der Station ist auf der Topf der... Ah. Gott. Das war... Mein Mund fühlt sich wie ich... ...eit ein... ...tree. Die Ghosts? Sie versucht mir, wie ein Deal mit mir, für Clarissa's Leben zu machen. Ich habe es nicht, natürlich. Natürlich. Aber... Ich weiß nicht. Ich wusste, dass Sie wissen. Gott. Das muss mean, dass sie sich schrecklich sind. Wenn sie keine Macht über die Situation haben, dann würden sie nicht versuchen, ein Kompromiss zu machen. Anyway. Hallo? Es gibt jemanden? Was? Sie sind... Oh. Sie sind... Sie sind... Sie sind... Sie sind... Sie sind... Sie sind auf der Station? Sie sindGAN. Sie sind mute! Sie sind, Sie sind. Ich bin dummer. Sie sind줄ke Menschen für medic Er участ uns. Sie sind nicht. Scheine Kontinaries stein. Und danke. Sie sind! Garten. Ich bin nicht einfach in der Brücke. Es ist okay, wenn du, wie, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem... Ich bin nicht einfach in der Brücke. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Das war's! Es war psychisch. Das war's, der mich. Es war's, der mich. Es war's, dass du dich nicht mehr so fühlst. Es war's, dass du dich nicht mehr so fühlst. Es war nicht so high. 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 Believe me. No, es war nicht. Ja, es war. No, es war nicht so high. Ich weiß, es war nicht so high. Es war nicht so high. Es war nicht so high. Okay. Wenn du bereit bist, ich bin sicher, du hörst. Ja, ja. Ihr mögt euch. Ich sehe es schon. Ja, ja. Ihr mögt euch. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ah, was? Aha. Das ist ein Pfeil. Und es war nicht so high. Oh, das war nicht so. Oh. Oh, das war nicht so. Was? This is Edward Island's emergency. How may I help you? If you're being sat on by a very large burglar, just mash the dial with your fist, please. It is so nice to hear you two finding the sunny side of all this. We are. Well, he is. We both are. Don't let her fool you. Okay. All right, you got... Signal verified. Shelter TF1 open. Nice. I guess it worked. Great. Okay, we'll meet you there. Right. See you at the shelter. Over and out. Jetzt wieder zurück. Wie ist denn das Zeitloch? Na, wie auch immer. Wir halten uns doch sicher nochmal auf oder so. Als wenn's so einfach wäre. Was ist denn jetzt mit Clarissa? Also irgendwie Clarissa ist... Ich mein, ja, Clarissa war früher total nett und so. Und jetzt ist sie voll stinkig, weil Clarissa gibt ihr ja die Schuld an Michaels Tod. Und... Hm. 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 Hier müssen wir gar nicht lang. Wohin müssen wir denn? Nach unten. Und sie verursacht angeblich die Zeitschleifen. Also Alex. Und dass sie die ganze Zeit den Tod von ihren Freunden da zeigen. Ich glaub, die wollen nicht sie einfach nur unter Druck setzen. Ich komm hier irgendwie nicht... Ah, hier. Äh, da muss ich hin. Äh, sie wollen sie nur unter Druck setzen vermutlich. Aber creepy ist das natürlich schon. Weiß ja nie, wann's denn jetzt endgültig ist. Und die können die ja besessen, äh, setzen und alles. Tjo, ne? So sind wir hier richtig? Oder hätten wir eigentlich oben lang gemusst? Tauhi Woods? Stimmt das? Ja. Ich würde aber sagen, es reicht für heute. Wir machen mein nächstes Mal an dieser Stelle weiter. Dann schließen wir eventuell vielleicht das Zeitloch. Ich weiß es ja nicht. Ich meine, wir haben einerseits irgendwas mit Zeitreisen und Zeitsprüngen, aber auf der anderen Seite noch irgendwas mit Geistern. Ähm, ob das alles miteinander irgendwie verdengelt ist, oder ob das zwei parallel existierende Phänomene sind, das würde mich mal interessieren. Genau, das werden wir dann in den nächsten Folgen hoffentlich irgendwann rausfinden. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei und wir sehen uns. Ciao, ciao, meine Lieben.